Liebe Volkshilfe-Fans, zu Recht liebt ihr eure Fohi-Boys, den Florian, den Gabriel und den Paul und ich wünsche euch heute ganz, ganz viel Spaß mit ihrer neuen Single Na, jo, eh, ah, so und da dürfte ich mitwirken, ganz, ganz viel Spaß, ein wunderschönes Wochenende und genießt eure drei Superboys in vollen Zügen. Alles Liebe!